Test, 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 Test. Das sieht auch beinahe so aus, als ob das alles hier funktioniert. Meine Fresse, die Lampe ist auch echt hell hier. Moment. Das ist sehr dunkel. Ein bisschen runter regeln hier mal. Reicht. So, die andere, die lassen wir jetzt einfach so, wie sie ist. So, Ton sollte er hinhauen. Okay. Dann brauche ich noch meinen Chat. Okay. Vielen Dank. Das sieht auch gut aus. Das kann aus. Das kann aus. Das schäle ich dann mal rüber. So. Und so. Vielleicht so. So, dann gibt es auch noch einen kleinen Test hier. Und dann geht er auch los. So. 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 Mit wunderschöner Soundschleife. Und. Szenen. Puppke. Und dann sollte es laufen. Puppke. Ach. So. Jetzt erstmal schön Schluck. Kaffee. Oh. Herrlich. Ah. So. Noch einmal. Zurück. Das funktioniert. jetzt. So. Dann gehe ich Kaffee nochmal kurz vorher wegbringen und dann würde ich sagen ein paar Casuals. Dann gehe ich Kaffee. 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 Dann. Musik 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 Ohja Wo ist das Herz nicht? Ahja So Wir haben einen wunderbaren vollen frischen Kappel Musik Der Sound zu entlaufen Musik 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 Okay So Tassatur, Maus, Schlipper, alles da Casual Modus Squat Warum nicht Und Einfach Versuchen wach zu werden Prost Kaffee Oh herrlich Oh Oh man Oh man So da ist einer Ich bin mir Ich bin mir Ja, oh Gott sei Dank Ich bin mir manchmal nicht so sicher, ob das wirklich Menschen sind Sieht aber so aus Der andere ist da oben Habe ich nicht mit dem letzten zusammen gespielt? Ist doch egal Wenn ja, dann will der hier hin Einfach Ohne Puzzle Häuser abpuzzeln Ohne Ohne Wasserstadt Wenn man nicht aufpasst, ne? Scheiß drauf Es ist Samstagmorgen Es ist Samstagmorgen Ich hab nicht aufgepasst, dann Kann ich auch mal eine Runde alleine Sterben Erinnere ich meinen Namen von I died first In I died I died alone So siehts aus hier Ja verpisst euch weit weg Legal Weg Weg mit euch Sieht auch so aus Sieht auch so aus Oh gut Das da hinten ist Schule, das ist klar Ja, da können wir mit leben, oder? Damit kann ich nicht leben Oh Gott, ey Okay Da wird geknallert Ah ja Nein, 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 nein M249 Hätte ich eigentlich auch mal eine Runde Bock drauf Warum eigentlich nicht? Spielen wir heute mal einfach Fünfer M249 Hätte ich eigentlich auch mal eine Runde Bock drauf Warum eigentlich nicht? Spielen wir heute mal einfach Fünfer M249 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 Ich bin kein Freund vom Holo M249 Das ist immer das gleiche Es ist immer das gleiche Na gut Ich geh nicht auf den Nüsse. Wo bist du überhaupt? Weißt du, es ist mir egal, wo du bist. Nachher. Du kannst ja auch noch eine Runde abgedulden. Ich hab keine Lust auf dich. Dich hole ich mir später. Ja, entspann dich mal ganz ruhig. Aber ganz unruhig. Bin ja gleich da. Kann ich dich sehen? Das ist auch die Zone. Für uns alle kacke. Okay, okay. Ah, ne. So, jetzt noch ein bisschen Fünfer-Moon. Fünfer, Fünfer, Fünfer. Kann doch nicht fünfer, oder? Ach Leute, ey. Ich will mal ganz unruhig im Dach werden, ey. Wo seid ihr denn? Fünfer, Fünfer. Oh, kann sich einen Ticken schneller krabbeln. Was habe ich gesagt? Fünfer, ne? Vielleicht hat er Fünfer. Schießt es auf mich? Auch egal. Okay. 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 Also sehen kann ich ihn nicht Jetzt Oh Das hier war ein Spieler Da siehste Ich brauche ein bisschen Fünver Moon Fünver Moon Fünver Moon Wie fahren wir denn? 74 Das ist zu wenig Gib mir mal Fünver Moon Gib mir mehr Fünver Moon Ah komm ey 104 Jetzt gehen wir uns den Vogel da vorne nochmal angucken Waren wir Gucken wir gleich rein 128 100 2er 2er Ja ok Krieg ich gleich mal mit Ja so geil dat Ach lol Ich gebe mir echt noch ein bisschen Ich weiß es auch nicht Ach doch Ist ja So Wie viel leben noch? Drei Das ist gut Erstmal ein Schluck Kaffee Ja das kommt wahrscheinlich die ganze aus der Schule langsam Genau darauf habe ich gehofft Ein kleines Moped So wo wollen die anderen hin? Dahin Alles klar bin ich mit bei Zack Warte mal Brücke Oben oder unten? Und Und So Hier war Das ist nicht wahr Naja gut Ist egal Nicht drüber nachdenken Ich kann ja mal in deren Richtung krabbeln Wo sind die überhaupt? Ich kann ja mal in deren Richtung krabbeln Nein das wird nichts scheiß Oh nö Wegen Wegen Fucking Motorrad Gut Mach ich es ganz easy Dann gucke ich den einfach zu Ich habe mich auch gerade eben total um meine eigene Farbe vertan Ich habe mich auch gerade eben total um meine eigene Farbe vertan Da muss ich ganz ehrlich sagen Ganz ehrlich sagen Ich habe mich jetzt mal ein bisschen entschicken können Bis dann glaube ich nämlich schon kommen Aber gut Ach ja Hořte Ich kann ja mal ein bisschen Ich kann ja mal ein wenig Ja, das Ding wird gewonnen. Gehe ich mal ganz stark mal aus. Scheiß Mappen, scheiß Mappen. Und gut. Dann eben Numero Duo. Und in der Zwischenzeit hole ich mir noch mal einen Kaffee. Und in der Zwischenzeit hole ich mir noch mal einen Kaffee. Und in der Zwischenzeit hole ich mir noch mal einen Kaffee. Ach ja, so. Frischer zweiter Pott Kaffee. Viererteam. Och Gott, ist das herrlich. Schauen wir mal. Meine Stimme muss kaputt machen. Kaputt. Kaputt machen. Ach ja. So. Im Bild ja. Ach Schnuckis. So, ich würde trotzdem wieder ganz gerne da hin. Aber das ist euer Ding. Ja, und dann lasst doch einfach gleich da hinten. Was wenigstens für ein Ding Loot. So. Machen wir es so. Also nochmal Prost Kaffee, bevor ich abspringen muss. Beim Kaffeetrinken stört dieser scheiß Mikrofon an. Aber wirklich ey. So. Und. Raus. mhm. Mh. Mh. Störe ich da eigentlich in Bilde hin. Mh. 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 Das ist auch so eine Sache, die wundert mich sowas von hart. Ganz, 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 ganz oft. wollen Leute hier abspringen aber es sind ja mehrere Teams und ich frag mich warum nie zwei Teams hier abspringen will ich nicht schade da Schalldämpfeuerwaffe ist Rucksack wäre jetzt mal ganz praktisch gut nehmen wir ich brauche einen Rucksack naja komm gleich was ist das hier überhaupt noch mal egal du kommst mit was war das noch mal ein holo besser als nix und hier müsste noch irgendwo genau mumpeln und ein First Aid rumflattern haben wir warte mal ne blend warum nicht sag mal was machen die mit diesen First Aids die kriegst du ja auf dem Abreißband mittlerweile hier gut da ich das Ja, was sollst du? Patronbrot SK-12, ne, ja, ne Barrel kann man machen, muss man aber nicht. EZ-Cone ok das ist ein grund passt gar nicht so ein scope wäre nochmal ganz nice scheiß aufs Rad alter großer vogel blab 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 Ich wollte zu viel, ich wollte zu viel, ich wollte zu viel. Oh, der auch. Scheiße. Ich bin gar nicht da. Das will ich mir mal angucken. Ah ne, geht ja noch gar nicht. Mach mal so. Jetzt mal ernsthaft. Das will ich mir mal angucken. Lass das mal schauen. Sehr gut. Ach ja. Ich glaube, dann haben wir jetzt auch schon gleich das letzte. Und dann könnte ich mir irgendwie mal ein paar Brötchen aufbacken oder ähnliches. Okay. 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 Kaffee. Oh, halb voll ist er noch. Okay. Das ist auch keine Lust mehr auf irgendwelche lustigen Experimente da. Ich muss mal anfangen mir die Namen zu merken. Und gut. Ja, da kann er bleiben. Okay. 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 So, wir sind grün. Das passt doch. Das passt doch. Und ich hab meine Ruhe. Ist das herrlich. Ich kann überhaupt diesen Morgen nicht in Stress hier. Oh, was was. Bis jetzt Perfekt Bis jetzt ist echt gut Der Loot Gott ist gut zu mir Okay Machen wir was so besser So wie viel haben wir da vier Okay Ein bisschen noch von beidem Und so Kompensatorgedöns Und dann haut das doch hin Dann haut das doch hin Noch ein 4i Geil Ja Ja Ist ja ein Traum hier Das ist ja noch mehr ein Traum 4i nehme ich mal mit Warte mal Gut Wächter mit Scheiß drauf 2-3-3 Ich bin eigentlich so weit durch Ich brauche nichts mehr Weil doch Ja so ein bisschen Kompensator Denn hierfür Die M4 noch ein paar Attachments Und dann Damit die ein bisschen ruhiger ist Und dann haben wir es Also Auch So Und dann Die M4 noch ein paar Das ist ja auch Keiner Ich bin eigentlich so kurz Was ist ja auch Und dann Verstehen wir es Und dann Scheiß drauf. Scheiß drauf. Sechser, Achter. Wie kann ich das jetzt eigentlich markieren hier? Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Und wo müssen wir hin? Nach unten. Ja, ich komm schon. Ich muss mir doch ein Fahrrad holen. Ich muss das jetzt nochmal mit dem Motorrad probieren. Oder ist da ein Auto drin? Vielleicht finde ich ja nochmal ein Fahrrad. Dann radle ich den Scheiß. Vielleicht kann es auch laufen. Oh. Achso, habe ich. Habe ich, habe ich, habe ich. Moment mal. Ne. Auch kein Auto. Auch kein Auto. Hm. Hm. Wie viel Zeit habe ich denn? Ach, alles gut. Dann würde ich sagen, Fuß zum Gruß. Und los. Okay, geht nicht. Kompensator oder irgendeinen Scheiß hätte ich ganz gerne gehabt. Aber gut. Ist so. Ich weiß jetzt auch aus dem Stehgreifen nicht mehr, wo die, wo das Fahrrad war. Wenn ich es ein bisschen blöd finde. Aber gut. Hm. 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 Sich selbst beim Kaffee trinken zuzugucken, ist auch immer ein echter Traum. Ja. Ja. Oh, Moment. Ja, wenn jetzt Nebel ist, ist mir auch egal. 70 noch am Leben. Das finde ich echt viel für die. Zeit jetzt schon. Aber gut. Ich renne auf Puschenki zu, ne? Ja. Ja. Weiter geht's. So, fahren die weiter, oder? Also. Oh. Ah, geht doch. Wo ist der andere? Wir suchen mal den Ort. Wenn das Ding jetzt wieder auf dem Dach liegen bleibt, ne? Oh. Wo? Wie sie sehen, sehen sie nichts. Doch da. Die Strecke hat geblitzt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nein! 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 100 pro sind da oben welche drin. Soll ich doch. Ja, hinter einem Baum bist du der vordere oder der hintere. Da ist auch ein Bot. Ist doch total nett von dem Typen, dass er einen dann dauernd mitnimmt. Egal. Ich glaube, ich gehe jetzt einmal outside und hole mir mein Auto wieder. Wo habe ich das geparkt? Irgendwo auf dem Berg. So. Hier sind wir runtergelaufen. Da oben waren wir. Haben hier runtergezielt. Das heißt, irgendwo hier. Ist das mein Auto? Nein, aber den kann ich ja nehmen. Wenn der nicht Arsch ist. 5, 5, 6, caлей. Untertitelung des ZDF, 2020 Was willst du hier? Ist doch scheißegal, fahr doch einfach nur rüber. Untertitelung des ZDF, 2020 No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Überleben. Wahrscheinlich hier wieder irgend so ein Teneff. Ja, da war es doch. Nehmen wir. Medaillen. Okay, okay. Übersicht. Was wollten die überhaupt haben? Hier, tägliche Missionen. Verwende Kantengriff zweimal. Plünderer. Plünderer insgesamt 40 Gegenstände aus Kisten. Toter Spieler. Ja, wenn die aber nur Schrott haben. Oh. Da ist wohl ein bisschen was passiert. Jo. Das war es. Ich würde sagen, Frühstück. Und weg. Jacques. Ja. Haller. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.